Heute erfährst du mehr über den American Bully. Los geht's! Der American Bully hat seinen Ursprung in den 1980er Jahren in den USA. Er ist ein Mischlingshund und gilt als Bulldoggenrasse. Er entstand aus der Kreuzung des American Staffordshire Terrier mit dem Pit Bull Terrier. Es kamen weitere Kreuzungen hinzu, darunter die amerikanische Bulldogge, die französische und englische Bulldogge und Molosser. Lasst uns über sein Wesen sprechen. Dieser Hund gilt als Begleit- und Familienhund, der einfühlsam ist und sich gut anpassen kann. Aufgrund des sanften Wesens ist er Fremden und Kindern gegenüber freundlich. Mit dieser Rasse wurde angestrebt, ein Wesen zu schaffen, das durch sein Äußeres beeindruckt, gleichzeitig aber von innen harmonisch ruhig ist. Das Aussehen des Bullis unterscheidet man in vier Kategorien. Standard, Pocket, XL und XXL. Je nach der individuellen Größe wiegt ein Exemplar zwischen 20 und 50 Kilogramm. Durchschnittlich werden die Tiere 10 bis 13 Jahre alt. Zu guter Letzt wollen wir noch darüber sprechen, worauf ihr beim Kauf eines Bulli-Welpen achten müsst. Mittlerweile gibt es viele deutsche Züchter für diese hybride Rasse. Ein Welpe kostet ca. 1000 bis 2000 Euro. Fragt unbedingt nach Gesundheitszeugnissen bezüglich HD und ED. Wichtige Information zum Schluss. Der American Bulli ist kein Listenhund und gilt nicht als Kampfhund. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video von Dogbible anzusehen. Wir haben viele weitere Videos zu fast allen Hunderassen der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert diesen Kanal. Ciao!